Moin! Für die Auslosung in der F3K Baureihe 2016 haben Jan und ich uns was überlegt. Und zwar möchten wir von euch sehen, was ihr in Sachen ERC-Modellbau, F3K, DLG, Selbstbau, vielleicht in CFK, in GFK, was ihr dort selbst gebaut habt. Wir möchten dazu Bilder sehen. Unten in der Videobeschreibung gibt es einen Link, wo ihr entsprechendes hochladen könnt. Jan und ich, wir werden uns in der nächsten Zeit, sagen wir mal 14 Tagen, die Beiträge ansehen und dann eine Auslosung durchführen. Vielleicht mit einer guten Fee oder wir machen es selbst. Mal schauen. Wir melden uns dann zurück mit dem Auslosungsvideo und drücken euch bis dahin die Daumen und freuen uns vor allen Dingen auf tolle Beiträge. Irgendwie sowas. Tschüss! 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 Vielen Dank.